Das ist schon eine beispiellose Farce, die sich da vor unseren Augen abspielt, um die Erkrankung von Donald Trump. Und diese Farce soll zweierlei bewirken. Erstens soll sie die Aktienmärkte beruhigen und zweitens die Öffentlichkeit beruhigen. Da wird Trump dann gezeigt, wie er an einem Tisch sitzt und scheinbar irgendwelche Akten bearbeitet. Dabei ist klar, dass offenkundig diese Bilder gestellt sind. Das macht ja gar keinen Sinn. Es ist schlichtweg die Botschaft, die hier im Vordergrund steht. Und diese ganze Farce, die begann schon am Freitag, als kurz nach Marktschluss dann der US-Präsident ins Krankenhaus verbracht wurde. Und das ist kein Zufall, dass kurz nach Marktschluss das passiert ist, sondern die Berater von Donald Trump haben gesagt, okay, wenn der jetzt ins Krankenhaus kommt, das könnte einen massiven Abverkauf an den Aktienmärkten auslösen. Also warten wir, bis die Märkte geschlossen sind und dann haben wir Zeit, so ein bisschen positive Nachrichten zu bringen, um die Märkte zu beruhigen. Und bumms, diese Strategie ist aufgegangen, die Aktienmärkte mit einer bodenlosen Naivität gesegnet. Das muss man ihnen lassen und haben jetzt sozusagen eben diese Beruhigungspillen vollgeschluckt. Und das ist wirklich erstaunlich. Also, es zielt auf den Aktienmarkt. Haben wir schon gesehen, als die Nachricht verkündet wurde, Trump kommt ins Krankenhaus. Jetzt wird kurz vor Eröffnung der asiatischen Märkte, pumpt genau wenige Minuten davor, setzt sich Trump in seine Limousine und wird herumgefahren vor dem Krankenhaus, wo Anhänger ihn feiern. Das soll natürlich auch suggerieren, es geht mir gut, alles ist des Suche, alles ist im Griff. Die Anhänger sind begeistert. Die US-Future-Märkte eröffnen dann gleich mit den asiatischen Indizes höher. Das ist wirklich eine Inszenierung, wie sie eine Shakespeare-Faste nicht besser hätte in Szene setzen können. Also Respekt vor dieser schauspielerischen Leistung, vor diesem schauspielerischen Inszenierungstalent, was auch hinter den Kulissen hier der Fall ist, das muss man schon sagen. Dabei gab es so ein paar Probleme mit dem Drehbuch, so ein paar Regiepannen. Denn zum Beispiel hatte ja Sean Conley, der behandelnde Arzt, erst 40 Jahre alt, Osteopath eigentlich. Jemand, der also mit Virologie so ziemlich gar nichts zu tun hat und mit 40 schon US-Präsidenten Trump behandelt in diesem Militärkrankenhaus nördlich von Washington. Der hatte zunächst einmal gesagt, Mensch, alles gut, der Präsident ist super drauf. Daraufhin hatte Mark Meadows, einer der führenden Republikaner, praktisch nachdem die Kameras ausgeschaltet waren, im Vertrauen den Reportern gesteckt. Naja, zwischenzeitlich war die Situation sehr, sehr ernsthaft. Trump hatte hohes Fieber. Trump hatte massiv fallende Sauerstoffwerte im Blut. Also da hat einer plötzlich aus der Reihe getanzt und hat dieses Narrativ so ein bisschen zerstört. Das hat Mark Meadows später dann auch nochmal bestätigt. Ja, wir haben uns ernsthafte Sorgen gemacht, denn das war alles sehr, sehr schnell, hat sich die Situation verschlechtert, während Sean Conley hier noch davon sprach. Ja, das war eine ganz kurze Phase. Also man hat das Gefühl, dass der behandelnde Arzt sehr stark im Sinne Trumps an die Öffentlichkeit kommuniziert. Möglicherweise ist er deswegen auch sein Leibarzt, weil er eben in der Lage und Willens ist, genauso zu argumentieren. Und es gibt natürlich jetzt ein paar Probleme mit diesem A, sehr, sehr jungen Arzt. Und B, hat man das Gefühl, dass der Donald Trump fast als Versuchskaninchen hier missbraucht, könnte man sagen. Da wird zum Beispiel Regeneron eingesetzt, ein Mittel, das jetzt, oder von der Firma Regeneron, ein Mittel, das noch nicht wirklich erprobt ist. Er gibt bestimmte Medikamente in Kombination, die bisher nicht wirklich durcherprobt sind. Er macht dann auch noch vor allem eines, er gibt Dexamethatone, ein Mittel, das normalerweise nur bei ganz schweren Verläufen eingesetzt wird, bei Covid-Erkrankten. Also das ist schon eine etwas seltsame Geschichte. Wenn der Präsident nicht so krank ist, warum kriegt er dann sozusagen eine solche Medizin? Das muss man sich schlichtweg fragen. Warum tritt er dann sozusagen öffentlich auf? Auf der einen Seite heißt es, sein Zustand habe sich rapide verschlechtert, so sagt Jean Conley, der behandelnde Arzt. Aber das sei nur vorübergehend gewesen. Und vielleicht könne er schon am Montag, also heute, entlassen werden. Denn gleichzeitig hat derselbe Arzt gesagt, dass ja normalerweise erst so zwischen dem siebten und den zehnten Tag sich die weitere Richtung der Krankheit entscheidet. Also man bringt die Leute ja ins Krankenhaus deswegen, oder einen Donald Trump deswegen ins Krankenhaus, weil schlichtweg eben man da eine bessere Infrastruktur hat, um besser reagieren zu können, falls der Zustand sich verschlechtert. Wenn ich jetzt nicht weiß, wie der Zustand sich weiterentwickeln wird, dann bringe ich den doch nicht nach Hause, um ihn möglicherweise nochmal ins Krankenhaus bringen zu müssen. Also das ist schon eine sehr schräge Situation, mit der wir es hier zu tun haben. Und genau das sagen ihm jetzt viele Experten. Also wenn ich mir die Behandlung anschaue, die Trump hier bekommt, dann ist das ein eigentlich schwerer Verlauf. Auf der anderen Seite soll uns aber permanent gesagt werden, nein, alles gut, alles ist entspannt. Und jetzt ist auch rausgekommen, dass Trump offenkundig schon am Mittwoch positiv getestet war auf das Covid-Virus, nämlich durch einen Schnelltest von Abbott. Und genau hier hatte Sean Conley, der behandelnden Arzt, sich ja auch mal verquatscht, als er sagte, ja, die Diagnose ist 72 Stunden alt. Und das suggerierte, das wäre schon am Mittwoch hier gewesen, dass der Test positiv war, während Trump ja praktisch erst Donnerstag spätabends US-Ortszeit oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bekannt gegeben hat, dass er das Coronavirus hat. Also da sind so viele Dinge, die hier am Start sind, die hier etwas fragwürdig sind. Trump hat dann wohl darauf bestanden, das nicht zu kommunizieren. Das sollte keiner wissen. Erst als das amtliche Ergebnis dann durch einen ausführlicheren Test bestätigt war, ist das dann so gelaufen, hatte Trump das dann kommuniziert. Also das sind Dinge, die natürlich wirklich fragwürdig sind. Genauso fragwürdig, wie sich ins Auto zu setzen, wenn ich nachweislich das Coronavirus habe. Und damit möglicherweise eben auch die Mitfahrenden zu gefährden, das muss man sagen. Jetzt sagt Chuck Schumer, der Demokrat, ja, also wir wissen ja, dass Donald Trump selten die Wahrheit sagt. Gut, das ist Parteigezänk, gar keine Frage. Aber er sagt natürlich auch, wir müssen schon wissen, was da wirklich los ist. Das ist für die Öffentlichkeit wichtig, das ist für alle wichtig. Aber Trump zielt vorwiegend eben auf die Öffentlichkeit, auf die Beruhigung derselben. Der Präsident ist handlungsfähig, dem Präsident geht es gut. Der Präsident ist auf dem Weg der Besserung. Aktienmärkte beruhigt euch, wir haben alles im Griff. Aber es ist eben auch für die Aktienmärkte wichtig, diese Erkrankung, wie hier David Rosenberg zeigt. Indem er sagt, ja, selbst diejenigen, die vorher nicht wirklich so bereit waren mit Social Distancing, mit Masken tragen etc., die wären jetzt vielleicht nachdenklich, wenn sozusagen jemand, der eigentlich das Problem verniedlichen wollte, nun selber dieses Problem hatte wie Donald Trump, dann wird das sicherlich auch einen Einfluss haben auf diejenigen, die vorher so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, zweifelhafter waren. Es gibt ja auch unter meinen Videos immer ständig Kommentare, es gibt gar kein Coronavirus etc. Liebe Leute, manche sind leider nicht heilbar, wie es scheint. Und jetzt kommt natürlich interessanterweise das, was eigentlich zu vermuten war, hier in Gestalt von Giuliani, dem ehemaligen Bürgermeister und jetzt juristischen Berater von Donald Trump. Ich mache China dafür verantwortlich. Die waren es, das ist das China-Virus, das ist eigentlich die logische Konsequenz dieses Begriffs China-Virus, die hier sich jetzt entfaltet. Das dürfte noch interessant werden. Hier ja ein führender oder der führende chinesische Chip-Hersteller ist jetzt sanktioniert worden, wird möglicherweise nicht mehr in vollen Umzügen operieren können, hat jetzt schon seine Zulieferer gewarnt, dieser chinesische Chip-Hersteller, dass das Ganze schwierig werden wird. Also das wird jetzt auch eine lustige Geschichte. Auf der anderen Seite aber klammern sich die Märkte eben an diese Beruhigungspillen, die Donald Trump und sein Team hier geben. Und auf der anderen Seite scheint es wirklich eben, wie Pelosi am Freitag gesagt hat, so ein bisschen die Dynamik verändert zu haben der Stimulus-Gespräche. Pelosi hat hier ein bisschen auf Optimismus gemacht in Sachen Stimulus. Auf der anderen Seite hört man, dass die Republikaner weiterhin bei maximal 1,5 Billionen, sind und das würde bedeuten, dass Pelosi von den 2,2 Billionen deutlich runter müsste. Mal sehen, ob das passiert. Die Zeit läuft weg vor der US-Wahl. Kommen wir zu die Märkte, meine Damen und Herren. Da sehen wir, dass die Short-Positionierung, die möglicherweise ja durchaus für einen zwischenzeitlichen Auftrieb der Märkte gesorgt hat, vor allem hier im Nasdaq, dass die deutlich zurückgegangen ist. Wir haben also einen deutlichen Rückgang der Nasdaq geschorte Positionen. Allerdings ist die Gemengelage immer noch short, was den Nasdaq betrifft. Nicht aber, was die drei Indizes insgesamt betrifft, nämlich Dow Jones, Nasdaq und vor allem S&P Future. Hier sehen wir, dass da ein schneller Switch auf die Long-Seite erfolgt ist. Also die Spekulanten stehen insgesamt jetzt auf der Long-Seite. Das war ein ziemlich schneller Umschwung, wenn wir hier sehen, die Short-Positionierung war so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und jetzt sind wir so stark auf der Long-Seite positioniert, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Also die Dinge, die gehen hier wirklich schnell vonstatten. Die Frage ist jetzt, ist diese ganze Geschichte schon eingepreist hier? Ein Kommentar, der sagt, ja, also wir sehen ja, dass die Wahrscheinlichkeiten für einen Trump-Sieg sowohl auf Wettplattformen als auch an den Märkten immer mehr eingepreist wird, dass sozusagen Donald Trump die Wahl verliert. Ich bin mir da nicht so sicher, denn vor allem das Thema Regulatorik, und das dürfte das Entscheidende sein. Ja, man kann sagen, es gibt mehr Stimulus, wenn die Demokraten sozusagen ein Sweep erzielen, wenn sie Abgeordnetenhaus, Senat und Präsident stellen, dann dürfte es ein fröhliches MMT geben, Modern Monetary Theory. Dann wird Geld gedruckt ohne Ende. Das ist richtig, das ist positiv, aber dieses Geld wird eben überwiegend dann wahrscheinlich nicht an die Firmen geleitet, sondern eben an die Main Street, an die normalen Leute. Die Schuldenaufnahme wäre krass, das würde den Dollar belasten, aber auf der anderen Seite eben die Firmen belasten durch neue Regulatorik. All das, was Trump ja gemacht hat, deregulieren, nicht nur Steuern sinken, sondern deregulieren, das wäre das entscheidende Thema. Ob wirklich die Märkte jetzt schon diese Trump-Niederlage einpreisen, wenn sie denn kommen sollte, wer weiß, was alles in den nächsten Tagen und Wochen noch passiert, das ist die große Frage. Ich wünsche jetzt jedenfalls erstmal einen guten Start in die Woche, und wir schauen uns diese Farce um die Erkrankung von Donald Trump amüsiert weiter an. Ich wünsche das allerbeste, bis dann, servus und ciao.